Oh, der hat schon einiges zu nehmen, ja. Hm. Alter. Los geht's, naja. Töte ihn, ja. Macht's. Wie viele Kämpfe brauchen wir denn nochmal? Ah. 41 bis 50. Magic Shard. Ja. Wird jeder wiederbelebt und dann gibt's Attacke. Hä? Woher hängt denn mein Controller fest? Hä? Probleme mit der Technik. Hm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie viel das wird jetzt abziehen. Wie sehr wenig. Okay, wir brauchen einen Monstertiger. Ja. Yo. Einen Vertiger. Wer? Und dieser. Die. Jo. Der Vertiger ist sehr nützlich bei solchen Sachen. Hm. Vor allen Dingen, weil er auch so eine ungeheure Stärke austrägt. Ja. Naja. So, gleich brauche er rein. So, dann einfach, genau. Bumm. Bumm. Die. Wow, die haben bald ein Devil Up. Jep. Ich freue mich schon darauf. Boah, geh mal jetzt davor. Schau mal um hier. wahrscheinlich für dieses für den fahrstuhl oder so ich habe auf jeden fall den richtigen weg gewählt wie mir scheint das ist immer gut bitte dein ziel ein wartungszweck also ich sag mal so noch besonders höher bei so einem offenen gelände ich würde angst verstehen definitiv beim aufliegende rüstung wird gegen eine schwebende rüstung hier aber auch enorm gut ausweichen kann und nicht gerade wenig austeilt mein geschmack zu viel viel zu viel rüstungslust zum österessen manchmal schaden das müsste ja auch neu sein das ist ja wahrscheinlich schon mal mit ich das hier ich glaube schon weil wie gesagt ist schon lange her als ausschlag gut gemacht rio ja werden rio oder rai weiter das hätte ich jetzt auch gesagt die präsentiert ein arbeitsbereich arbeitsbereich ok ist irgendwas noch in der türen ok die habe ich relativ schnell tot auf jeden Fall haben rai und rio eine ab das ist klasse ach nö nicht wieder schlaf 1.25 Uhr kann ja noch ein bisschen zeit ja was machen wir wenn 2.20 Uhr jetzt wir nicht sprechen können überziehen wird aufgewacht durch den schrei von nina kommt drauf an nicht so lange also ich weiß halt nicht wie lange es dauert bis zum speichern zu kommen ne das ist halt hier das problem jetzt so das ist gut wenn alle 3 gleich schnell sind nur etwa die die alle die 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 Alter, sterft langsam. Ich mach das so, ich werd jetzt einen umbringen. Was zum? Du weißt, was das heißt, ne? Ja. So, ich glaube mal, erst wie lange haben wir recht mit euch. Okay. Oh. Wir steigen. Andere Möglichkeit bleibt nicht. Kaiser! Young, der Kaiserdrache. Ray, ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Mir auch. Ray, verwandle dich. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Und dann klappt das hoffentlich. Ich lebe wieder. 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 Ach du. Ich lebe wieder. 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 Geweite, die Sie jetzt verniedlichen! Das ist immer ne Art Humor! Gibt man es dort umzugehen? Na dann guck mir mal in den Raum rein! Hier bekommt 800 Cine! Ist einfach Sia! Du fandest Stundenglas! Nichts! Nichts! Oh herrlich! Das ist ein Bett, du könntest dich hier mal richtig weit ausruhen! Was möchtest du zu machen? Zu Hause! Ich hätte dich richtig gesichert mit dem Raum hier, oder? Ja! Hatte ich da doch noch richtig in Erinnerung! Ja! Gut, wir sind bei ungefähr 10 Kämpfen! Was möchtest du tun? Sprechern! Und dann freue ich mich drauf, wenn's dann beim nächsten Mal weitergeht! Oh ja! Es wird lang und spannend! Oh ja! Das Finale kommt näher! Man spürt es! Hm! Du sollst, weil die Gegner hier übel werden! Ja! Aber, ähm... Ich finde das positiv, weil da wird es nicht so einfach! Hm! Und trotz des Level 40! Was wir ja immer zwischendurch gemacht haben und trotz dass Rio immer so weit oben ist! Hm! So ein Level 40 fast! Genau! Level 40! So, ähm... Ich sag's nochmal bis zum nächsten Mal! Ach, Reki, passt das aus! Genau! Bis zum nächsten Mal! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!